Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur dritten Spieltagswürfelrunde. Bundesliga liegt schon bald wieder an. Ja, und es war beruhigend festzustellen, dass dieses Stück Holz auch mal schlagbar ist. Habe ich ein bisschen besser abgeschlossen. Ich hatte eine 12.2, das sind die summierten Quoten, die ich getroffen habe. Ich glaube, ich hatte sechs Treffer, der wurde nur vier. Hier, die Ergebnisse zwischen uns findet ihr jeweils unter der dazugehörigen Folge. Also einfach hier oben in die Infokarte klicken, wenn ihr die Ergebnisse und die summierten Quoten sehen wollt. Habe ich da nochmal in der Beschreibung Quatsch im angepinnten Kommentar für euch bereitgestellt. Gut, also ich war so auf Platz 8 beim letzten Mal. Übrigens 36 Leute mitgemacht. Top, Luft nach oben wie immer. Macht Bock, so zu gucken, wie da so die Tendenzen der Community sind. Ja, der Woody hat immer noch den Bestwert. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist die 22.25 vom ersten Spieltag. Mal gucken, wer das überbietet. Auf jeden Fall haben wir diesmal einen klaren Spieltagsgewinner. Das ist der Elatan mit 18.0. Der hat 8 von 9 Tendenzen getroffen. Scheiterte lediglich an Düsseldorf-Bayer-Leverkusen. Da hatte er ein X. Ein bisschen zu gierig gewesen. Aber Topwert. Wie gesagt, der einzige von 36, der 8 Partien geschafft hat. Hier oben auch nochmal eingeblendet. Beziehungsweise die ganze Zeit ja auch schon. Und dann das Ranking, wo ich ja mit der 8 nicht drauf bin. Dann, das haben wir hier eingeblendet. Elatan, klar. Auf Platz 2, den teilen sich Tino Bambino und Freddy Friedrich mit je 15.50. Und auf Platz 4, Toto Tipico ja eben mit 13.65. Knapp dahinter auf Platz 5, Pets TV mit 13.60. Gut, pack das mal beiseite. Hier müsste aus dem Bild sein. Dann gehen wir doch mal in den nächsten Spieltag. Und haben wir hier die Quoten von BAT3000. Meldet euch da an zum Willkommensbonus. 100% auf bis zu 150 Euro. 20% Cashback-Funktion und so weiter und so fort. Einfach mal da unten in den Link klicken und gerne anmelden. Wir haben was davon. Der Rudi kriegt auch gutes Futter. Und ja, die Quoten sind von heute Nachmittag, also Dienstagnachmittag, wird 3000 logischerweise. Und ja, lohnt sich auch immer so ein bisschen vorbereitend auf so einen Spieltag zuzugehen und auch mal die Quoten zu beobachten. Deswegen das, der Stand Dienstag. Und mal schauen, wie sich das so die Woche entwickelt. Aber legen wir doch mal los. Und Freitagabend haben wir die Partie Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Gladbach bisher erst ein Gegentor. Haben gewonnen in Mainz. Und ja, letztendlich das Gegentor auch durch eine Standard, durch eine Flanke, Kopfballduell. Kann passieren. Davor in den anderen beiden Pflichtspielen halt 0. Daher RB Leipzig, ja, kam auch so ein bisschen ins Schwimmen gegen Frankfurt, die mir sehr gut gefallen haben im Übrigen. Es sind beides gute Abwehrreihen und deswegen nehme ich da mal ein 1 zu 1, weil ich könnte mir ein zögerliches Spiel vorstellen. Das ist viel Kampf im Mittelfeld. Und ja, hinten wird gut weggauen. Zwei Superkeeper. 1 zu 1. Hat erst ein 2 zu 2 überlegt. Aber ne, ich glaube 1 zu 1 ist da schon ein ganz guter Tipp. Also das X eingeloggt. Und der Woody, der nimmt hier ganz hinten die zwei. RB Leipzig. Ja gut, ich hatte auch eher X2 so gedacht. Hoffe, das geht gut. Aber ich habe ja auch die höhere Quote. Toi, toi, toi. Gut, nächste Partie ist dann Bayern München gegen FSV Mainz 05. Da sage ich ein klares 4 zu 1. Das ist das Heimdebüt von Coutinho, Peresic und so weiter. Und da Mainz liegt denen. Letztes Jahr gab es, glaube ich, eine 6-0-Klatsche. Und vor der Länderspielpause, da muss nochmal ein Zeichen her. Und vor heimischer Kulisse wird da geballert. Und vielleicht finden die Mainzer ja auch ein Tor. 4 zu 1. Also die 1 eingeloggt. Und der Woody. Mal gucken, ob es eine Überraschung gibt. Es gibt eine Überraschung. Es ist das X. Nächste Partie. Bayer Leverkusen gegen TSG Hoffenheim. Ja, das verspricht wohl Tore. Ich sage 3 zu 2. Ja, weil die Maschinerie nach vorne, die ist einfach sensationell schnell da in Düsseldorf. Für klare Verhältnisse gesorgt und echt schön gespielt. Was habe ich gestern erfahren? Kai Havertz noch nicht mal an einem Tor beteiligt. Vor heimischer Kulisse wird er da auch wieder an mehreren Toren beteiligt sein. Da bin ich mir relativ sicher. Zu dem Demirbay und Amiri gegen den Ex-Klub Amiri. Hat er überhaupt letzte Woche schon gespielt? Egal. Demirbay war gut drauf. Das hat immer eine gewisse Brisanz. Und Hoffenheim. Ja, die können auch mit einem guten Punch Richtung Tor. Und es bleibt dabei, Leverkusens Abwehr hat so ab und zu doch schon gravierende Lücken. Und deswegen 3 zu 2, wie gesagt. Und die 1 eingeloggt. Und der Woody. Der sagt das X. Gut. Dann nächste Partie. Wolfsburg gegen SC Paderborn. Ja, Paderborn ein bisschen zu frisch, fromm fröhlich frei. Freiburg hatte das eiskalt ausgenutzt. Ich glaube, die Wölfe, denen wird das ähnlich gelingen. Und ich sehe da denselben Spielstand. 3 zu 1 für die Wölfe. Für mich eine klare 1, obwohl ich es natürlich dem SCP gönnen würde, da eine Überraschung zu landen. Ist ja relativ in Reichweite. Die Fans werden da sein. Vielleicht geht da was. Aber es ist für mich eine 1. Dann sagt der Woody. SCP. Okay. Das hat eine gute Quote. Gut. Freiburg gegen Köln. Da nehme ich das X. Sage ein 1 zu 1. Ja, die Freiburger hatten natürlich mit Mainz und Paderborn jetzt gute, dankbare Anfangsgegner. 6 Punkte rausgeholt. A la Bonheur. Der beste Start der Freiburger aller Zeiten. Und ob das jetzt 9 Punkte werden, das zweifle ich mal an. Die Kölner waren nicht so schlecht wie 0 Punkte. Deswegen glaube ich, die werden da ordentlich rackern. Wie gesagt, das ist für alle vor der Länderspielpause. Da muss nochmal ein Erfolgserlebnis her. Und deswegen holt Köln da einen Punkt. Und es wird ein hart umkämpftes Spiel mit wenig Toren. Meiner Erachtung. Meines Erachtens nach. Gut. Der Woody sagt zu dieser Partie. Die 1. Freiburg. 9 Punkte Start. Nächste Partie. Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Tja, auch nicht ganz so einfach. Ich kann mich noch daran erinnern. Letztes Jahr, ähnliche Zeit, hatten wir auf Schalke gesetzt. Und am Ende hieß es Hertha Sieg. Ich glaube, da hat der Duda ganz gut aufgedreht. Ich würde sagen, die Vorzeichen dieses Mal sind ähnlich. Wird eine enge Kiste. Und ich sehe da keinen richtigen Favoriten. Glaube aber und würde es mir für David Wagner wünschen, dass am Ende ein hart erkämpftes 2 zu 1 für die Schalker steht. Ja, das ist mein Tipp. Die 1 auf Schalke. Gucken, wie das Personal läuft. Harit habe ich gelesen. Irgendwie fraglich. Aber gut. Ich lege mich fest. 2 zu 1. Der Woody, der denkt. Ein X. Auch nicht ganz undenkbar. Eingeloggt. Dann, Samstag 18.30 Uhr, Union Berlin gegen den BVB. Union immerhin einen Punkt und ein Tor gemacht. Da in Augsburg. Ja, erster Erfolg. Mannschaft muss sich gerade noch finden. Wird ja auch ein bisschen durchgewechselt. Schlotterbeck wird ja jetzt dann auch gesperrt fehlen. Ja, muss man mal schauen. Subotic gegen seine Ex-Mannen. Das wird sicherlich auch ganz lustig und interessant. Aber hat auf den Spielen natürlich keinen Einfluss. Find's ein bisschen schade, dass Hazard verletzt ist. Weil ich hätte gerne vorne gesehen. Brand von Anfang an. Witzel in der Mitte. Und dann Reus. Und vorne Paco, Jadon Sancho und Hazard halt drin. Deswegen, Weigl wird jetzt wahrscheinlich reinrutschen und der Brand auf dem Flügel beginnen. Wird zwar auch flott, aber mit Hazard hätte ich 4-1 getippt. Auf den BVB. So ist es jetzt nur ein 3 zu 1. Und es wird ein ähnliches Spiel, glaube ich, wie in Köln. Beziehungsweise, nee, Brand spielt von Anfang an. Ja, wird schon ein klarer Sieg. Aber könnte zwischenzeitlich auch mal schwungvoll sein. Und Union vielleicht Lunte riechen, dass da mehr geht. Am Ende aber BVB-Sieg. Der Wudi sagt zu dieser Partie an, der alten Försterei. Und da haben wir endlich eine Doppelung. Die 2 BVB. Sonntag, erste Partie. Werder Bremen gegen Augsburg. Ja, da haben wir auch ein Lazarett vorliegen bei den Werderanern. Das ist bitter. Toprak, dann Rashica fehlen natürlich. Zudem Johannes Eggestein jetzt auch noch gesperrt mit der Gelb-Roten. Das sind schon 3 wichtige Spieler. Ja, deswegen denke ich mal, die Abwehr wird nicht so wirklich duftesortiert. Und es gibt aber, weil ich dem Kohfeldt auch endlich Matchglück gönne, einen ganz knappen 3 zu 2 Sieg. Aber es wird ein richtig munteres Spielchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Werden Fehler passieren. Augsburg, ich weiß gar nicht, Gregoritsch. Transferfenster ist ja noch offen. Wird er spielen? Reißt er sich da auf? Ey, keine Ahnung, was mit der Personalie eigentlich gerade ist. 2 steht ja irgendwie die ganze Zeit mit Werder in Verbindung. Ja, ich finde das 3 zu 2 ganz gut und bin gespannt, was jetzt der Woody sagt. Der, ja, das war jetzt nichts, oder? Nehmen wir die 1, beziehungsweise, ach, die 1 ist jetzt bestätigt. Umso besser. Werder Sieg, ebenfalls 3 zu 2. Immer am Ende irgendwie haben wir die Doppelung. Und ich sage immer ebenfalls, ist doch auch merkwürdig. Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf, interessant, weil letztes Jahr gab es ein 7 zu 1. Das wird es nicht, da bin ich mir relativ sicher. Aber man muss natürlich auch erstmal eigentlich den Donnerstag abwarten, weil da steht das Heimspiel gegen Rassingen-Straßburg, das Spiel um Europa an. Ja, gut. Also, wenn sie das gewinnen und wirklich deutlich gewinnen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie den Schwung für Sonntag mitnehmen. Ich glaube, aber es wird eng und könnte mir da sogar am Donnerstag eine Verlängerung vorstellen, weil Straßburg ist nicht ohne. Bas Dost kann am Sonntag spielen, von dem erwarte ich mir eine Bude. Ich sage die 1, 3 zu 2. Frankfurt, weil Düsseldorf, ja, die Klatsche vom letzten Jahr muss weggebügelt werden. Die sind offensiv auch gut aufgestellt. Ja, wird auch ein geiler Kick. Also, ich glaube, der Sonntag, der wird gut für Tore. Und der Woody sagt die 2. Bei Düsseldorf, gut, dann haben wir sie alle eingeloggt, hier nochmal zum Mitschreiben. Ihr dürft natürlich und sollt gerne alle wieder mitmachen. Unten im angepinnten Kommentar die Copy-Paste-Vorlage. Kopiert es bei euch rein und löscht das, was ihr nicht haben wollt, sodass es halt deutlich ist. Und dann nochmal eine Bitte, bearbeitet das bitte nicht, weil, ich weiß nicht, wann ich meine Notizen mache und dann ist das irgendwie unsauber nachzuvollziehen, ob ihr das dann nach den Spielen bearbeitet habt, wenn ich erst die Notizen machen sollte oder so. Deswegen, wenn ihr was bearbeiten müsst, solltet im Nachhinein, macht lieber Copy-Paste da, macht neues Kommentarfeld auf, dass das alles als unbearbeitet quasi dasteht. Das wäre mir ganz lieb, auch so für immer und ewig und die Zukunft. Gut, das ist der Hinweis. Mal gucken, ob wir mehr als 36 wären. Ich bin gespannt. Ja, und das wäre es dann erstmal. Diese Woche keine Wette gefunden. Tendenzquoten fand ich jetzt nicht so dufte, dass ich da jetzt denken würde, aber da sinkt auf jeden Fall was. Das muss man jetzt schon abschließen. Frühbucher, bam, bam, bam. Nee, also ich glaube, wir werden da am Wochenende auch eher auf Tore gehen. Die Quoten sind okay, werden sich aber, glaube ich, auch nicht so übelst ändern. Ja, die Hinweise habe ich gegeben. Also ich sehe da wirklich viele Tore vor der Länderspielpause. Ja, schauen wir doch mal. Ich bin sehr gespannt. Wird auch ein heißes Wochenende. Gut, als nächstes geht es hier auf dem Kanal weiter und lasst gerne ein Like, hier ein Abo und natürlich die Glocke direkt zum Abo betätigen, damit ihr schnellstens informiert seid. Als nächstes auf dem Kanal haben wir die Übertore-Challenge gegen den Jörg. Da müssen wir mal gucken, wann wir das hinkriegen. Und ja, Sportwetten zum Wochenende. Wochenende, Freitag im Laufe des Tages, weil ich habe schon geguckt. Für Freitag habe ich nicht unbedingt was im Visier, aber werden wir sehen. Ich versuche es natürlich immer freitags so früh wie möglich. Ja, und das war es jetzt. Viel Spaß beim Mitmachen. Hier unten geht es lang. Tschö! Tschö!